Musik Es gibt eine sehr enge Beziehung zwischen klassischer Musik und Deutsch. Neben der italienischen Sprache ist Deutsch die Sprache der Musik. Die bedeutendsten Komponisten kamen aus dem deutschsprachigen Raum. Händel, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Wagner, Richard Strauss. Und die ganze Gattung der Kunstlieder ist auf Deutsch erfunden und entwickelt worden. Und es gibt so viele Opern auf Deutsch, vor allem von Wagner, aber auch von Mozart und von Richard Strauss. Musik 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 Musik